Hallo zusammen und was, wo, wie? Das war ein Spaß, die haben mich getrollt. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Unturned hinter dir und Subtext unter dir. Oder auf dir, je nachdem. Mit dabei der Fischkopf, der alte Troll. Hallöchen. Ich kann nicht zustechen, Mist geht nicht. Du, Minjas. Ja bitte. Also wir beide, ne? Ja. Wir sind im Harry Potter Club und du? Ich mach den Kindergärtner. So, wir schauen mal, was es hier am Military Camp gibt. Ich weiß, dass es hier gute Ausrüstung gab. Und ich hab auch ein Video gesehen. Ja, wir waren hier ja schon mal. Genau. Unser Video oder was? Nein, ich hab von der Jorle, das ist eine niederländischere Streamerin. Jorle? Jorle. Raw Explosives. Wie jetzt? Nee, Joel. 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 War schon ganz verwundert. Die hat sich nämlich hier oben im Turm verbarrikadiert. Ja, aber das macht doch auch keinen Spaß. Ja, aber du lebst. Du sitzt so den ganzen Tag in diesem Turm. Ich guck mal in dem Turm rein, bei der Gelegenheit. Ja, da sind geile Sachen. Das stimmt auf jeden Fall. Was ist denn Vertical Grip, Leute? Ich hab Raw Explosion gefunden. Hab ich auch gerade gefunden. Und Zoom Scope und Military Bullets. Ich hab so einen Haltegriff für die Waffe, damit dein Recoil fertig ist. Nein! Was denn jetzt? Ich bin gestorben. Wie denn? Keine Ahnung. Ich hab gerade die Moldi Kartoffel angeklickt, aber ich hab sie nicht gegessen. Wahrscheinlich ist mal Radiation nach oben. Nein! Das ist traurig. Ja, wenn's euch gefallen hat, dann schaltet man diesen Tod von... Ja, ähm, das ist natürlich ärgerlich. Hier liegt dein ganzes Zeug. Ähm, ich glaube nicht, dass du hier allzu nah spawnen kannst, oder? Ich habe Raw Explosives gefunden. Doch, ich bin einigermaßen... Ich bin der Stadt, die in der Nähe von dem Military Camp ist, weil ich seh bei den Bob. Okay, also pass auf. Ich lass jetzt deine Sachen hier liegen. Warum jetzt keiner von euch beiden den großen Rucksack mitgenommen hat, bleibt mir ein Rätsel. Letzte Folge, aber ich sag jetzt einfach mal ne... Verdammt! Stimmt! Ähm... Ich hab ne P90 gefunden. Was ist denn ein Planar-Track-Rail? Seit wann hab ich das denn? Civilian Rail Mounted Guide? Hä? Das versteh ich nicht. Wie kömmt mich alle, die Zombies? Ah! Oh! 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 Wenn man dann hier... Achso! Ey, das kann weg. Oh, die Autos... Die interessiert gar nicht, ob der Berg hoch geht. Was hast du gesagt? Autos interessiert es nicht, ob ein Hügel kommt, anscheinend. Zumindest fährt er munter weiter. Ist man zu einer Geschwindigkeit, oder? Ja. Oh, ist doch gut. Ich glaube, ich hör dich. Jo, ich quale mal, ob ich komm. Fahrzeug gefunden. Was hast du gefunden? Fahrzeug gefunden. Zwei Humvees. Ja. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass ich meine Skill-Punkte verloren habe. Oh ja. Aber das Schöne ist, ich hab keinen Hunger, ich hab keinen Durst. Ach ja. Das nennt man ja bei Minecraft cheaten, ne? Das Spiel ist doof. Oh Leute, jetzt passt mal auf. Ich hab ne Bitte. Boi. Was mach ich denn jetzt? Das brauchen wir eigentlich nicht. Oh, da warte mal. Vertical Grip. Oh yeah. Okay. Könnt ihr mal ganz kurz in die Mitte der Military Base kommen? Wo ist denn Minyans jetzt? Ja, mein Zuh... Ach so. Meine Fresse. Weißt du was? Die ganzen Cornseeds sind mir jetzt egal. Das ist mir scheißegal. Diese Scheiße, die sich Spiel nennt. Hier liegt noch eine Kantine unter einem Bett. Falls jemand auch so... Minyans, du hattest noch keine, ne? Richtig. Was ist? Was ist? Civilian Night Vision Goggles. Ja, what? Okay, du kriegst sie gleich wieder. Ich würde sie nur wahnsinnig gern einmal kurz aufsetzen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ach, schloch. Warte mal. Brauchst du ein Bandage? Bandage Bob. Ja. Du hattest sie nie mehr sehen, hab ich recht. Was ist los? Wird sie nie mehr sehen. Ich hab sie gar nicht. Du hast sie genommen. Nein. Ach da. Okay. Sie sehen ganz lustig aus. Equip? Boah. Geil. Okay, das ist natürlich jetzt Tag, ne? Man sieht halt sau viel auch, wenn Tag ist. Das dürfte ja eigentlich nicht sein. Ah, geil. Ich hab ein sechsfaches Zoom-Scope. Okay. Was machst du da jetzt? Ich hab meine Waffe ausgerüstet. Nee, Bob mein ich. Ich versuch mich, ja. Ey, aber ich seh ganz schön geil aus mit dem Ding, ne? Hast du das gesehen? Richtig penetrös aus, ja. Okay, du kannst es wieder nehmen. Das ist interessant. Ihr seid oben auf dem Tower, gell? Ja. Ich seh euch so ganz normal ohne. Wenn ich aber in den Zoom von der Waffe geh, seh ich niemanden mehr. Stimmt, das ist bei mir auch so. Oh, shit, das war knapp. Oh, okay. Ah, das ist gesichert. Safety, V. Safety, V. Ich seh aus wie so ein verrückter Professor. Und ich kann nicht nachladen, weil keine Munition mehr? Serious? Okay. Ich seh ich sie kaputt. Wo ist mein Karton? Oh, das sieht so geil aus. Oh, das sieht so geil aus. Oh, wie siehst du aus? Ja, Mann, voll geil. Hast du schon immer solche Haare? Erinnert mich irgendwie an einen verrückten Professor? Warte mal, welches Spiel ist denn das? Grüne Augen und die Haare nach oben? Irgendwo kenne ich das. Ja, ich dachte auch eben, aber dann ist es mir nicht eingefallen. Hau die Zuschauer wissen es und schreiben uns die Kommentare. Genau neben dem Kommentar. Minja ist ein Noob, bis du stoppen, ey. Hä? Moment, ich hab noch meinen Skill. What? Oh, da kann ich auch noch skillen übrigens. Ich hab was verloren. Ich hab nämlich Survival auf Stufe 2 und Warrior hatte ich auch auf Stufe 2. Und durch das Sterben hab ich einfach nur eine Stufe verloren. Also so sieht es zumindest aus. Auf jeden Fall mach ich jetzt auch Warrior, ist ja wohl klar. Nee, ich hab anscheinend nicht alles verloren. Das ist ja toll. Oder? Seh ich das falsch? Ich hab ja nicht geskillt nach meinem Tod. Da ist ein Hammer. Ich stell mir das jetzt vor, weil so ein NATO, Sandfarben angestrahlt ist. Also dann haben wir. Boah, ich hab richtig viel geskillt gerade, Leute. Ach, ist mir völlig egal. Ich bin gestorben, weißt du, du hast aber auch kein Mitleid. Ein bisschen. Auch viel geskillt. Was heißt denn du gerade so skillmäßig? Ich, ich bin, ich? Max Level 150, 150, 30, Max Level 30. Ich hab Max Level 75, 15, 15, Max Level 15, Max Level 125. Okay. Aber die Zahlen sind ja die Kosten für den nächsten Level-Aufstieg-Dingser, ne? Verstehst du das? Ja. Was? Okay. Ja? Was? Ja. Hä? Ja. Wendet? Ja. Bob? Hallo. Hallo? Was ist mit euch los? Sag mal, dreh dir durch. Hier ist eine Falle. Weiß ich mal, was sinnvoll ist. Ich weiß, ich tanke die Autos voll, aber ihr immer. Wofür sind Sandsäcke? Ich weiß, das ist immer noch nicht. Weil es hat keiner um mich getrauert. Ich hab, weiß ich, ich hab meine gute Nacht geliebt. Wie du bist gestorben. Was? Sag mal, die Hammi sind schneller, oder? Ich glaub, die sind ziemlich schnell, ja. Ich glaub, Minjas ist traurig. Nee, ich spiel einfach mit Leuten, die mich mögen. Aber das mit dem Mögen ist ja auch so eine Sache, ne? Ist voll. Wieso habt ihr jetzt gelacht? Ich find das überhaupt nicht witzig. Jetzt geht jemand. Ich komm mit. Ich fahr alleine. Lass mich in Ruhe. Ich würd... Was ich jetzt gerne machen würde, vielleicht können wir das ja zusammen machen. Minjas. Ja? So als kleine Freundschafts-Wiedergutmachen. Wie kommen wir überhaupt raus aus der Scheiße? Hinten rum. Hinten ist ein Loch. Andersrum. Da ist ein Loch in der Wand. Hinten ist immer ein Loch. Schwierig. Ohne Willkommensmatte. Ach, Bennet hat auch. Okay. Also wir bräuchten jetzt, was ich gerne machen würde, da hättet ihr auch ein bisschen was von, ist eine Gruppe Zombies anziehen. Eine riesige, riesige Gruppe. Ja. Explosion. Ich hab nicht immer eine Waffe mit Munition. Wie soll ich Zombies? Ja, ich hab Stimmmunition, aber ich bin ja zu doof. Nee, 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 nee. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Wir brauchen nur einfach eine große Gruppe von den Viechern. Die noch nicht tot sind. Hast du dir jetzt schon eine C4 gebastelt, oder was? Nee, nicht so geil. Ich bin ausgestiegen übrigens. Wo sind denn die alle? Hier war doch eben ein Hase oder sowas, oder ein... Ein Hase? Gibt's doch gar nicht, oder? Es gibt irgendwie... Also überhaupt, wenn ich würde sagen... Da ist ein Tier! Okay. Ich wollte schon immer mal was jagen. Ist das eine Brücke dahin? Eine Riesige Brücke. Cool. Ja, an der Brücke soll es Sachen geben. Sachen? Ja. Stuff. Ich jag gerade. Sch, sch. Hört leise. Kann ich auch was einlegen? Oh, geil. Tactical. Point, Circle. Hey! Wer war das denn? Bandit? What? Weißt du das? Nein. Nein. Hast du dir eine Chance? Ist es tot? Verdient er das. Oh, krass. Wie sieht das denn aus? Midias, komm mal schnell her. Warte. Ich fahr im Auto da runter. Ich lad schon nicht den ganzen Weg her. Ach so, das sind die einzelnen Fleichteile, die man da wegnehmen kann. Und Animal Pelt. Ist das geil. Boah, essen wir jetzt wirklich cool. Essen wir wirklich cool. Ja, wir kochen uns jetzt was, Leute. Aber guck dir das erstmal an. Was ist das? Ist das geil. Was soll das sein? Eine Robbe? Wie, das war mal ein Hirsch oder so? Ja, sieht aus wie ein Hirsch. Ach, der liegt auf dem Rücken. Der streckt die Beine von sich. Und was ist das im Schritt? Auto, Fell. Das ist Fell oder so. Das sieht ja mal schwierig aus. Wir brauchen Lagerfeuer. Wie baut man das nochmal? Oh Gott. Output. Kein Metal. Oh Gott, nein. Ich sehe es nicht. Aua. Das tut mir leid. Boah, wie schaut denn das aus? Das sah doch viel lustiger aus. Weil es auf dem Rücken liegt. Und streckt die Fühler von sich. Warm, fresh meat, Leute. Oh Gott. Also wenn wir jetzt ein Feuer machen könnten, dann könnten wir auch uns was zu essen machen. Dazu hätten wir uns ja mal die Craftingliste nebendran legen sollen. Ich hab die nebendran. So oft wie die Blowtorch, Gedöns. Ich steig ein und verweitern. Macht's gut. Ich hab die nebendran. Aber ich müsste scrollen und es geht jetzt nicht. Steigt ein jetzt. Ich bin drin. Minjas, ich hab das Gefühl. Ja, bitte. Ich spüre Anti-Vibes in der Luft. Wir haben mit dir getrauert. Wir wussten aber, dass du so ein krasser Typ bist, der halt ganz schnell wieder da ist und ganz schnell wieder aufgerappelt ist. Deswegen haben wir da jetzt nicht so ein Wind rumgeleert. Ich hab meine Magazine geleert. Links, rechts. Ich fahr mal nach rechts. Was war der Plan? Zu diesem Lager hier. Weil hier sind Zombies. Geil. Nee, hier ist diese Brücke. Oh, fuck. Pendant Bob hinter dir. Wo lebt der denn noch? Mist. Ich dachte, das wäre hier so ein One-Hit-Wonder, wenn ich ihn im Kopf treffen würde. Penkelas. What? Warum schwebt denn der? Geh weg. Danke. Okay. Ich hab meine Duration geskillt. Jetzt kann ich länger laufen. Eine Lampe. Yes. Du brauchst Munition, ne? Hier ist ein NATO-Tracer. Echt? Ja, echt. Yes. Wie kann ich die Rucksäcke schon wieder umfüllen? Können wir den Panzer gängig machen? Boah, das wäre so krass. No Space. Hier gibt es nochmal Explosive. Boom. Ich hab auch hier Boom, aber das Leib lasse ich jetzt hier. Oh, geil. Hier ist Armor. Was ist denn das überhaupt? Forest Armor. Liegt ja bei dem Auto. Liegt da auch noch Sachen? Kann ich hier sterben, wenn ich hier runtergehe? Nee, das wäre auch egal. Bestimmt. Äh. Ich hab gar nicht gemerkt. Das Fallen hab ich gar nicht mitgekriegt. So, was ist das hier? Wow. Ups. Oh nein. Wo ist denn das so grün jetzt? Weil ich dann Chemleinchen geworfen hab. Und ich hab meinen Rucksack aus Versehen. Ach, shit. Okay. Ich hab was. Ein Swiss-Gewehr. Uh. Ich muss hier alles wieder neu sortieren, Leute. Ich hab 64 Hunger, ne? Jetzt hab ich das Site abgenommen. Wie kriegen Sie das Site wieder drauf? Mit T und dann nochmal neu auswählen. Nee. Macht er nicht. Doch, meis. Ich hab's am Boden. Was ist dein Problem? Ich hab jetzt nicht zugehört. Muss du aufnehmen. Naja, das Problem ist... Ah, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Ich hab ja keinen Platz in der Tasche. Ähm... Warte mal. Crafting. Blup. Craft. Ob man hier die scheiß Patronen alle einzeln einsammeln muss. Vier... T... Bennet, wo hast du gesagt, war... War die Munition? Im... Grünzelt. Im Grünzelt. Oh, ich könnte Fischkopf töten. Geil. Warum nochmal? Weil es verdient hat. Aber... Aber... Habt ihr ein Chemlight geworfen? Da oben ist alles grün. Ja, ich... Ich hab ein Chemlight geworfen, weil ich so geil bin. Ich bin so eine kleine Feiermaus, weißt du? Ja, Party. Party, Party. Oh! Oh, das war knapp. Muss ich auch zurückschwimmen, scheiße. Aber man kann Sprinten schwimmen, das ist gut. Was ist hier im Zelt noch drin? Hunger! Tabletten? Auch Hunger. Hunger! Wir haben Fleisch. Wir brauchen ein Camping-Feier. Lieber... Lieber... Bandit Bob. 68 Hunger. Könntest du mal alt Tablen? Ich könnte einen Fischkopf erschießen. Schon wieder? Aber du zielst ja auf mich. Ach so. Egal. Das schmeckt bestimmt auch ganz gut. Nein, ich bin zäh und schwarz. Schwarz? Wolltest du schwarz sagen? Ja. Nein. Komm, wir fahren weiter. Wir können es jetzt noch ausnutzen. Weil die Minias geht es auch nicht gut. Was noch mal ausnutzen? Den Tag. Okay. Ich komme! Da freut ihr euch, ne? Okay. Alles klar. Wo ist meine Karte? Oh nein, ich habe die Karte liegen lassen. Leute! Alles gut, habt sie. Wieso sitzt du hier jetzt am... Landet. Ach so. Okay. Minias, sag doch was. Was denn? Ich war verwirrt. Ich war sehr verwirrt. Erzähl mir was Neues. Und habe mich gewundert, warum ich die Karte nicht aufrufen kann. Twing. Was ist der Plan? Habe ich schon erwähnt, dass ich mit Shift immer Gas geben will? Ja, ich auch. Echt? Ja, Daisy verseucht. Warte ich gar nicht. Warte mal auf so einer Insel. Essen. Essen. Ja, wir halten jetzt auf jeden Fall an. Ja, ich bin ausgestiegen. Oh, ich sehe nichts. Was ist denn jetzt los? Einge... Oh, Essen. Oh. Toll. Die Jungs fressen sich die Hütte voll, während ich hier am Sterben bin. Oh, Spaghetti. Wie viel hast du? Wie viel Hunger? Ach, 40. 71. 40? Ich habe 60, Alter. Ich nehme jetzt die Spaghetti hier. Aber wir haben hier noch Moldi-Zeug. Das brauchst du auch nicht, ne? Ne, erst mal. Da hast du gute Erfahrungen mit gemacht. Da habe ich gute Erfahrungen mit Moldi. Auf jeden Fall. Hat sich gelohnt das letzte Mal. Okay, also bei mir ist einigermaßen alles okay. Jetzt wieder 30 Prozent. Boah, hier ist das... Was ist los? Ich wollte mir so einen Harry Potter-Umhang holen, um dazuzugehören, um nicht wieder einsam sterben zu müssen. Und keiner trauert um mich. Ich habe meinen weggeschmissen. Was? Ja, weil ich jetzt... Ich bin raus aus dem Club. Sakrileg. Der Club geht mir auf den Sack. Und jetzt bin ich nämlich im Schutzweste-Club. Tja, Bandit, Bob. Das hättest du dir mal früher überlegen sollen. So, es sind keine Freunde mehr. Wo bist du? Ich repariere hier Random-Autos. Einfach nur, weil ich es kann. Einfach jedes Auto in der Stadt. Einfach aus Nächstenliebe. Ja, ohne Scheiß. Zu den Nachbarn. Weil ich total nett bin. Pistole. Könnte ich mir in den Kopf schießen. Und dann hätte ich... Mach, du gehst raus, kommst in den Autos, steht da einer und repariert das. Und sagt, ja, du, ich hatte gerade Zeit. Du, war kein Problem, ne? Für mich ist das okay. Ähm, was war nochmal der Plan? Keiner. Wir haben keinen Plan, ne? Wie immer. Bloodbag. Bloodbag ist episch. Episch? Episch. Wie episch? Mega episch. Oh, fuck. Nein, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein, nein, nein. Das gibt's doch nicht. Du bist nicht schon wieder tot. Ich bin gerade die Apotheke am Looten und dann kommt... Du bist nicht schon wieder tot. Du bist nicht schon wieder tot. Das ist echt nicht wahr. Oh, Mann, ey. Das ist schon das zweite Mal, dass ich mich an der Apotheke überraschne. Das weiß ich. Die Zombies wissen ganz genau, dass in der Apotheke... Ich denk so, du bist ganz... Und dann bist du von dem Tod und dann ist es tot. Ich seh dich aber doch jetzt nicht mehr. Ey, wieso stirbst denn du immer? Ich hatte dann noch 50% Energie und dann bin ich noch in die Apotheke rein. Und dann hab ich mir gedacht, ich nehm mal ein paar Bunche. Hab ich eine Spritze genommen. Und dann hab ich gesagt, das ist gar nicht so schlecht. Und dann hab ich... Wie liegt ganz viel Zeug in der Apotheke? Oh, ich hasse dieses Spiel. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, my God. 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 Oh, das war knapp. Oh, equip. Oh, lauf, lauf, lauf. Minjas, willst du mal was Lustiges sehen? Komm, zum Ende der Folge. Guck doch mal. Jetzt guck doch mal. Siehst du mich? Na ja. Guckst du? Komm, Koch, willst du mich auch noch fressen? Guckst du? Guckst du? Oh, du hast... Guck mal. Das war geil. Das war auf jeden Fall geil, ja. Jetzt muss ich noch meinen Kram wiederholen, weil... Habt ihr schon gehört? Ich bin gestorben. Bist du gestorben, Minjas? Ich guck jetzt aber nochmal in die Skills. Oh, nein. Nee, das kommt hin. Also, der zieht dir Skills ab. Mein Mitleid. Oh, Bennett. Der zieht dir... Ja, ich denke mal auch, dass man alle verlieren. ...ein Teil der Skills noch. So viel ist nicht alles. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Ich meine, ich werde nie auf den grünen Zweig kommen, weil ich immer... Weißt du, einmal skille ich und dann sterbe ich. Ja, wenn ihr auch in der nächsten Folge den Minjas weiter sterben sehen wollt oder den Bandit Bob beim Essen suchen oder den Fischkopf beim... Nein! Beim Bob sein. Nein, nein, nein. Ich mag nicht nochmal das Leben. Hat doch keinen Sinn. Dann schaltet auch wieder ein Übermorgen bei der nächsten Folge von Unturned. Könnte auch passieren, dass wir dann vielleicht ein bisschen Basis bauen. Das müssen wir mal schauen, ne? Wir sollten auf jeden Fall mal eine Basis bauen, weil so geht das nicht weiter und ich will auch wieder an der gleichen Stelle spawnen. Yes. Und es wäre total schön, wenn wir da bis dahin eine Basis hätten, damit auch ich, Profi, ähm, ne? Dann nehme ich schon mal hier die Säge mit. Verstehst du? Yay! Cannot lift, cannot lift. Ist mir jetzt auch egal. Die Folge ist zu Ende und wir gehen alle nach Hause. Schaltet ab jetzt den Dreck hier. Nach Hause, Alter. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Ah! Ah!